Märchen aus der indischen Vergangenheit Der Schakal, der Barbier und der Brahmane, welcher sieben Töchter hatte. Ein indisches Tischlein deckt dich. Ein Barbier und ein Schakal schlossen einst einen indigen Freundschaftsbund miteinander und dieser würde bis auf den heutigen Tag gedauert haben, wenn nicht der Schakal so klug gewesen wäre, dass der Barbier sich ihm nie ganz gewachsen fühlte und den Argwurm hegte, sein Freund führe ihn manchmal an. Doch war er nicht imstande, das zu beweisen. Eines Tages sprach der Schakal zum Barbier, Es wäre wirklich sehr angenehm, wenn wir einen eigenen Garten hätten, in dem so viele Gurken, Kürbisse und Melonen, wie wir es wünschten, wüchsen. Warum kaufen wir uns eigentlich keinen? Der Barbier erwiderte, Nun wohl, hier hast du Geld. Geh und kauf uns einen Garten. Der Schakal nahm des Barbiers Geld und kaufte einen schönen Garten, in dem wuchsen Gurken, Kürbisse, Melonen, Feigen und viel anderes gutes Obst und auch Gemüse. Und er ging jeden Tag zu demselben und schmauste dort nach Herzenslust. Fragte ihn aber der Barbier, Wie steht es mit dem Garten, den du uns für mein Geld kauftest? Dann antwortete er, Es sind recht hübsche Pflanzen drin, aber es sind noch keine Früchte in demselben. Sobald die Früchte reif sind, sollst du es erfahren. Mit dieser Antwort gab sich der Barbier zufrieden und fragte eine Zeit lang nicht wieder danach. Als der Barbier sich aber dann beim Schakal wieder nach dem Garten erkundigte und fragte, Ich sehe dich ja täglich zu unserem Garten gehen. Werden die Früchte reif? Erwiderte der Schakal, Oh nein, mein Liebster, noch nicht. Die Pflanzen fangen eben erst an zu blühen. Doch trug der Garten die ganze Zeit über eine beträchtliche Menge Obst und der Schakal ging jeden Tag hin und aß sich ganz satt daran. Nach einigen Wochen sprachte Barbier abermals, Ist denn in unserem Garten noch keine einzige reife Frucht? Nein, sagte der Schakal, Die Blüten sind kaum abgefallen und die Frucht hat eben angesetzt. Mit der Zeit aber werden wir recht schöne Melonen und Feigen bekommen. Jetzt schien es dem Barbier aber doch als betrüge ihn der Schakal. Deshalb beschloss er selbst hinzugehen und zu urteilen. Und ohne ein Wort zu sagen, folgte er ihm am folgenden Tage zum Garten. An eben diesem Tage hatte der Schakal zufälligerweise all seine Freunde eingeladen, um mit ihnen zu schmausen. Alle Tiere des nahegelegenen Dschungels hatten die Einladung angenommen. Sie strömten zu Dutzenden und Hunderten herbei und waren recht guter Dinge, liefen hierhin und dorthin und fraßen sämtliche Melonen, Gurken, Feigen und Kürbisse. Der Barbier blickte verstohlen über die Hecke und sah diese Gesellschaft von wilden Tieren. Sein Freund, der Schakal, belustigte sich aufs Beste. Er sprach mit dem einen, lachte mit dem anderen und fraß mit allen. Der gute Mann wagte nicht, die Raubdiebe zu stören. Es waren ihrer zu viele und zu mächtige. Doch ging er sofort nach Hause, war sehr verstimmt und brummte in seinen Bart. Ich will den jungen Tauge nichts töten. Er soll mir in meinem Garten keine solchen Streiche mehr spielen. Die nächste Gelegenheit nahm er wahr und ging, als der Schakal und all seine Freunde fortgelaufen waren, hin und versteckte unter der größten noch übrig gebliebenen Gurke ein langes Messer. Dann begab er sich wieder nach Hause und sagte von dem, was er gesehen hatte, kein Wort. Am nächsten Morgen dachte der Schakal in seinem Sinne, ich will einmal schnell in den Garten laufen, um nachzusehen, ob keine Melonen und Gurken übrig geblieben sind. Wie gedacht, so getan. Er suchte sich die größte Gurke aus und fing an zu fressen. Ehe er sich's versah, verwundete ihn aber das lange Messer, das unter den Gurkenblättern verborgen lag. Es zerschnitt ihm die Schnauze, den Hals und die Seite. Oh, du alter hässlicher Barbier! rief er aus. Das ist dein Werk! Und so lief er, anstatt nach Hause zu humpeln, so schnell er nur eben konnte, weit, weit, weit weg in den Dschungel, streckte sich auf einem großen, flachen Felsen nieder und war zu sterben bereit. Aber er starb nicht. Die Schmerzen im Halse und in der Seite waren drei volle Tage lang so heftig, dass er sich nicht zu rühren vermochte. Überdies fühlte er sich durch den großen Blutverlust sehr geschwächt. Am Ende des dritten Tages machte er den Versuch, sich zu erheben. Aber vermittels seines eigenen Blutes sah er sich auf dem Steine festgeklebt. Er gab sich alle erdenkliche Mühe, sich loszureißen, doch wollte es ihm nicht gelingen. Oh, mein Himmel! Oh, mein Himmel! flüsterte er. Welch ein Gedanke, dass ich, der ich mich von meinen Wunden erholte, nun eines so entsetzlichen Todes sterben soll! Ach ja, das ist die Strafe meiner Unehrlichkeit! Bei diesen Worten fing er bitterlich zu weinen an. Zufälligerweise hörte der Regengott seinen Weg klagen. Er hatte Mitleid mit ihm und sandte ihm einen milden Regen, der den Stein reinwusch und ihn auf diese Weise loslöste. Kaum fühlte sich der Schakal frei, so dachte er sogleich daran, auf welche Art er sich wohl seinen Lebensunterhalt erwerben könne. Denn zum Hause des Barbiers wagte er nicht zurückzugehen. Da kam er auf einen leicht auszuführenden, schlauen Einfall. Durch den häufig niederfallenden Regen war ringsumher viel Schlamm entstanden. Einen Teil davon tat er in einen kleinen, irdenen Topf, bedeckte denselben sorgfältig mit Blättern, wie es die Leute bei frischer Butter zu tun pflegten, und trug ihn dann zum Verkauf in das nahegelegene Dorf. An der Türe des ersten Hauses stand eine Frau, zu der sagte der Schakal, Gute Frau, hier ist Butter, wundervolle, frische Butter. Wollt ihr nicht etwas frische Butter kaufen? Sie antwortete, Ist sie auch wirklich frisch? Lasst mich erst sehen. Aber er erwiderte, Sie ist vollkommen frisch, doch wenn ihr den Topf jetzt aufmacht, verdirbt sie euch alle, noch ehe ihr sie braucht. Wollt ihr sie kaufen? Gut, dann tut es. Wo nicht, dann verkaufe ich sie jemandem anderes. Die Frau brauchte gerade frische Butter, und der Topf, den der Schakal auf dem Kopf vertrug, war so sorgfältig zugebunden, wie man es nur bei besonders guter Butter zu tun pflegte. Auch wusste sie, dass, wenn sie das Gefäß vor ihres Mannes Heimkehr öffnete, der Inhalt leicht verderben konnte. Außerdem dachte sie, der Schakal würde, falls er einen Betrug im Sinn habe, sie mehr zum Ankaufe drängen. Deshalb sagte sie, Nun, es sei, gebt mir den Topf, hier habt ihr euer Geld. Ihr seid doch sicher, dass es von der besten Butter ist? Es ist die beste in ihrer Art, antwortete der Schakal. Doch müsst ihr sie jedenfalls an einem kühlen Orte stellen und den Deckel nicht öffnen, ehe ihr welche gebraucht. Dann nahm er das Geld und lief weg. Bald darauf entdeckte die Frau, dass sie angeführt sei, und war darüber sehr verstimmt. Der Schakal aber war inzwischen weit außer den Bereichen der Strafe. Als er sein Geld ausgegeben hatte, befand er sich aufs Neue in Verlegenheit. Keiner wollte ihm etwas zu fressen geben, und kaufen konnte er sich auch nichts. Glücklicherweise starb damals gerade einer der Ochsen, die zum Dorfe gehörten. Der Schakal fand ihn tot am Wege liegend. Er fing an, von demselben zu fressen und fraß und fraß und fraß so viel, dass er schließlich ganz tief im Tierkörper steckte und die Vorübergehenden ihn nicht sehen konnten. Nun war das Wetter heiß und trocken. Während der Schakal drinnen saß, schrumpfte durch die Hitze die Haut des Ochsen so sehr zusammen und wurde so hart, dass er sie nicht zu durchbeißen vermochte. Und infolgedessen konnte er nicht wieder herauskommen. Die Mahars des Dorfes kamen alle herzu, um den toten Ochsen zu verscharren. Der Schakal, der in demselben saß, befürchtete, dass sie ihn, sobald sie seiner ansichtig würden, fangen und vielleicht gar töten möchten. Dass sie ihn aber, falls sie ihn nicht entdecken, lebendig verscharren würden. Deshalb rief er, als sich die Männer näherten, Leute, Leute, nehmt euch in Acht. Faßt mich nicht an, ich bin ein großer Heiliger. Die armen Leute erschraken, als sie den toten Ochsen reden hörten und dachten, derselbe sei von irgendeinem mächtigen Geiste besessen. Wer bist du, Herr, und was ist dein Begehr? riefen sie. Ich bin ein sehr hoch zu verehrendes, heiliges Wesen, erwiderte der Schakal. Ja, ich bin sogar der Gott eures Dorfes. Ich bin sehr ergrimmt, denn ihr betet mich nicht an und bringt mir keine Opfer da. Oh, du Gott! riefen sie. Welche Opfer gefallen dir? Sage uns nur dies eine, und dann bringen wir dir, was du nur willst. Gut, gut, erwiderte er, holt mir eine Menge Reis, eine Menge Mehl und einen recht fetten Hahn. Legt diese Gaben mir zur Seite und schüttet reichlich Wasser über sie aus, ganz wie ihr es bei euren feierlichsten Festen tut, und ich will euch dann eure Sünden vergeben. Die Mahars befolgten diesen Befehl. Sie legten Reis und Mehl nebst einem fetten Hähnchen neben dem Ochsen nieder und begossen ihn und die Gaben mit Wasser. Kaum war die trockene Ochsenhaut feucht, da platzte sie an mehreren Stellen und zum Erstaunen der Anbeter sprang der Schakal heraus. Er packte das Hähnchen mit seiner Schnauze und lief mit demselben in die Mitte des Dschungels. Die Mahars verfolgten ihn viele, viele Meilen weit. Sie sprangen über Gräben und Hecken, aber sie holten ihn nicht ein. Er lief immer zu, immer zu, bis er schließlich einen Ort erreichte, an dem ein kleines Zicklein unter einem Akazienbaume lebte. Seine Verwandten und Freunde waren fort und als es ihn kommen sah, dachte es in seinem Sinn, wenn ich diesem Schakal keine Furcht anjage, frisst er mich. Deshalb stieß es, so heftig es konnte gegen den Akazienbaum, sodass er alle seine Zweige schüttelte und die Blätter zu rascheln anfingen. Rusch, rusch, rusch. Als der Schakal den raschelnden Lärm hörte, erschrak er und meinte, alle Freunde der kleinen Ziege eilten zu ihrer Hilfe herbei. Sie aber rief ihm zu, Lauf, Schakal, lauf! Es sind schon tausende und aber tausende Schakale bei diesem Lärm nachvongelaufen. Lauf, wenn ihr dein Leben lieb ist! Und der Schakal geriet so in Angst, dass er vortrannte. So wurde er, der so manchen betrogen hatte, von einem kleinen, einfältigen Zicklein überlistet. Der Schakal schlug nun den Weg zu dem Dorfe ein, in dem der Barbier wohnte. Da selbst umschlich er allnächtlich die Häuser und suchte sich Knochen und was er finden konnte. Den Dorfbewohnern gefielen diese Besuche nicht, doch wussten sie nicht, wie sie ihn fangen sollten, bis ihn sein alter Freund, der Barbier, der ihm seinen Obstdiebstahl noch nicht verziehen hatte, nach manchen fruchtlosen Bemühungen seiner Habhaft zu werden, in einem großen Netze fing. Ha, ha, rief der Barbier, hab ich dich endlich, mein Freund. Du bist nicht umsonst dem Tode durch das Gurkenmesser entgangen. Diesmal entfließt du mir nicht. Hier, Frau, komm, sieh einmal, welche Beute ich gemacht habe. Die Frau des Barbiers kam vor die Tür gelaufen und der Barbier gab ihr den Schakal, nachdem er demselben alle vier Pfoten mit einem Strick fest zusammengebunden hatte. Danach sprach er zu ihr, Trage das Tier ins Haus und sei achtsam, damit es dir nicht entkommt. Ich will inzwischen ein Messer holen, um es damit zu töten. Die Barbierfrau tat, was ihr befohlen war. Sie trug den Schakal ins Haus und legte ihn auf den Fußboden. Aber kaum war der Barbier fort, so sprach der Schakal zu ihr. Ach, gute Frau, dein Mann wird gleich wiederkommen und mich umbringen. Dem Himmel zur Liebe löse den Strick, der meine Füße hält, ehe er zurückkommt. Tue es nur für einen Augenblick und lass mich ein wenig aus der Wasserrinne vor deiner Tür trinken. Meine Kehle ist trocken vor Durst. Nein, mein Freund, erwiderte die Barbierfrau. Ich weiß genau, was du dann tun würdest. Sobald ich deine Pfote frei gemacht hätte, liefest du fort. Und wenn dann mein Mann zurückkehrte, wärest du auf und davon und ich bekäme Schläge. Ich will auch ganz, ganz gewiss nicht weglaufen, entgegnete er. Ach, meine gute Mutter, hab doch Erbarmen mit mir nur für einen einzigen Augenblick. Da dachte die Barbierfrau, es ist allerdings hart, dem armen Tier seine letzte Bitte zu versagen. Er wird sowieso nicht mehr lange leben und keine anderen Freuden mehr genießen. Darauf band sie ihm die Pfoten los und hielt ihn an einem Stricke fest, damit er aus der Wasserrinne trinken möge. Er aber zog so schnell wie möglich an dem Strick, zerrte und riss so lange und heftig, bis er ihr plötzlich aus der Hand fuhr und nun rannte er, hast du nicht gesehen, in den Dschungel hinein. Untertitelung des ZDF,